jetzt 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 könnten wir wieder zurückgehen will ich da zurück ich glaube noch nicht ich will zuerst da lang gut weil es gab ja auch noch eine andere kommen wir ja kommen wir rüber sehr gut warte mal ok so wo ging es denn hier lang sehr nice genau das wollte ich ok das ist aber ein tricky ja genau deshalb nehmen wir es gerechnet damit könnte man jetzt fast alles geschmolzen das müssen wir denke ich mal machen das problem ist dass er ja immer alles wegschmelzt in einer reihe jetzt können wir das jetzt überhaupt schon schaffen ich glaube nämlich nicht ok aber man kann immerhin ja passt ok das war jetzt schon verkackt aber ganz kurz trotzdem nur um zu sehen ob da eh nichts versteckt ne alles klar da wollte ich nur sicher gehen so das ist easy oder netz warte mal ich bin gerade am überlegen wir dürfen theoretisch diese reihe könnten wir schmelzen ne geht nicht man kann von der leite aus und schmelzen den sauberstab einsetzen ok problem ist aber das problem ist dass wir hier nicht weiter kommen oder so vielleicht warte mal na ok viel so jetzt muss ich das wieder so machen wie ich das vorhin gemacht habe und zwar das habe ich so gemacht das so und das so ja es geht sehr gut perfekt ok gut also ich markierze das war mit dem verbunden so ich glaube hier ging es irgendwo ging es heraus ok aber ich glaube bis auf diese eine truhe hier warte mal wo war die nochmal wo war denn die truhe mit dem balsam bin ich blind hä ich finde es nicht da war irgendwo noch eine verschlossene truhe mit dem balsam die ich nicht einsammeln konnte weil wir ja ein balsam bereits haben aber diesen raum finde ich jetzt nicht mehr ah doch da oben ok das ist die einzige kiste die wir nicht haben aber klar die können wir nicht holen gut dann gehen wir zum boss du bist am ende niemals werde ich dich die instrumente der sirenen spielen lassen niemals oh 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 Hitzkopf oh shit oh 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 ok den kann man nur mit dem Feuerballschaden zufügen ist ok na das war's warum nur warum bist du hierher gekommen ohne dich wäre alles in ordnung du darfst du darfst den Windfisch nicht aufwecken du bist selbst nur ein Teil seines Traumes hm schwierig schwierig so auf jeden Fall bekommen wir einen Herzcontainer das ist das einzige was zählt du hast einen Herzcontainer erhalten du hast einen Herzcontainer erhalten die Maximalanzahl deiner Herzen wurde erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt eine Trommel nehmen du hast die Oktopus Trommel erhalten dann geht ab geht ab Ei das Ei ruft Boah Nick gut dann würde ich sagen mal auf die Karte oder dann sehen wir da mal Oktopus Trommel Oktopus Trommel eine Trommel der am Donnerhall am besten klingt wenn die Oktopus wenn ein Oktopus sie spielt da fehlt uns auch noch ein Item also wie gesagt ein Pilz fehlt uns noch und irgendwas noch da fehlt uns wahrscheinlich noch eine Flasche ok was hat denn da Ulriera zu sagen das wichtigste einmal tut tut ja hier Ulriera Tom es wird Zeit dass du mal auf dem Tamarindsberg gehst wo das Ei liegt sehr vorsichtig Tom klick tut tut ja ist die Frage soll ich das schon mal spielen also die Musikinstrumente schon mal spielen ne lang gehen wir auch noch ins Essen ich könnte es ja mal probieren und dann mal schauen was passiert so so ich werde aber auch warte einmal kurz vorher damit soll es lange herum kämen werde ich mich mal zu Paris südlichen teleportieren so so naja gut dann dann schauen wir mal was passiert so 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 also so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, bevor wir jetzt in das Ei gehen Möchte ich jetzt nochmal nachsehen So Und zwar Wie man hier zum Beispiel reinkommt Das würde mich jetzt nur noch mal interessieren Oder auch hier gibt es ja irgendwo noch eine Muschel Aber keine Ahnung wo es die gibt Irgendwie muss man da ja reinkommen Die Frage ist nur wie Ist da vielleicht noch irgendwas? Das ist auffällig Nö Mit dem Magischen Stab können wir wahrscheinlich auch nichts machen Außer ihm hier verbrennen Oder ihm hier Sonst Können wir hier auch nichts machen Hm Wo ging es hier nochmal lang? Warte mal Da möchte ich jetzt aber doch so meine Sache nochmal probieren Und zwar Müssen wir dazu jetzt aber nochmal Glaube ich Irgendwo da rauf Coco Ja 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 Vielen Dank.